Ich frage für einen Freund, aber kann man hier nicht noch über den ganzen Platz rennen sogar? Frag für einen Freund. Deppen! Man kann deppen. Dürfen wir schuschen und deppen einmal? Dürfen wir das einmal machen? Für ein Schulprojekt? Für ein Schulprojekt, ja, oder? Für ein Schulprojekt. Junge, wie habe ich es vermisst? Wie habe ich es vermisst, Alter? Und dann reindämmen. Wie habe ich es eigentlich im tiefsten Herzen vermisst? Wie habe ich es eigentlich vermisst? Erstmal schuschen und dann reindämmen. Wie habe ich es vermisst? Wirklich, wie habe ich es vermisst? Hey, Hori, bleib bei mir! Ich tue es nicht wider. Drei ein Requezpreis. Du hast mein Atem. Koch. Dann lief es noch eine Sorry, bleiben bei mir, ich tue's nie wieder. Amontes Pack Opening geht erst um 19 Uhr los. Ich muss mir jetzt, was ist das? Oh mein Gott, guck dich das an. Sein Torwart hängt auf der Linie fest. Sein Torwart. Digga, dieses Game ist so scheiße, Mann. Boah, war es ein Pass? Oh mein Gott, das wäre, komm. Ey. What the fuck? Was ist das denn? Digga, das war so gut, du spielst. Was macht er da? MS oder Stürmer, weil bei MS können Rewider und Dings kommen. Ja, Junge. Das war irgendwie ein fettes Stück Scheiße. LOL. Armin, mach mir den Clip. Armin, wenn du da bist. Mach mir den Clip. Und Mox mit dem... Was habe ich da gerade gesehen? Da ist nochmal das Tor. 5-4. Mann, Alter. Mann, Alter. Mann. So ein Hilfeschreiber hat das gerade, Alter. Was ist das? Bitte, was ist das, Mann? So, meine ich sind nochmal 38.000 Pipabonds. Ja. Ja. Wild. Wild. Rashford. Oh mein Gott. Rashford, Bruder. Das scheiß auf 88. Ey, Digga, brauchst du einen Lack, Digga? Was hat der für ein Account, Bruder? Er hat auch noch Pogba in Rot. Schade, Schade. Sehr nice. Perfektes Tor, Mann. Alter. Komplett anderer Mensch, wirklich. Wirklich. Also, da kann man auch mal rausquitten, ne? Da kann man auch mal rausgehen. Doch, Neuser. Betfekt ist bitte einer. Chat. Noch ein Walkout. Eichen! Eichen! Steigwisch! Komm, Prime, 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 Prime! Ja, Junge, ich bin da! Ich bin da, Junge! Wow, baby! Kulu! 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 Bro! Guck dir's dir an. Guck dir's dir an. Guck mal, was er macht. Guck mal, was er macht. Äh, Accounts ist mein Fonno. Oh mein Gott! Guckt euch das an! Guck dir mal den Spielstand und die Minute an, alter. Ich hau ihn schnell auf, hier, komm. Opa! Oh, Lorente! Der ist geil, Digga. Guck dir mal die Werte an. Ja, die Werte sind geil. Das hat sich gelohnt. Und er drückt Start. Wohin? Wohin? Wenn ich aussehe, wohin? Ja, so möchte ich sehen. Er kriegt der Elfmeditur in der 120. Oh mein Gott. Ah, ist das schlecht. Das Walker, die zwei... Walker verliert sich also haushoch das Laufduell gegen Rashford. Es ist Freitags und jeder hier spielt Fifa. Seh ich voran, fliegt mein Controller wieder. Ich seh Neymar und jeder hier hat Mbappé. Hast du ein Gallerwappen, sag ich Bruder, besser geh. Von Dijk, Joe Gomez, von Dijk, Joe Gomez. Woaaaaa! Ja, den wollte ich so nicht, aber... Wo? Clip, 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 clip! Das war so geil gemacht! Clip, clip! Jetzt, dieser Moment. Dieser, dieser... Das ist an! Das kann auch nicht wahr sein, wirklich. Das ist fein! Aber auch wirklich nicht wahr sein. Was gar nicht so aussieht, aber es ist... Das kann wirklich nicht wahr sein, wie krank der... Also wirklich, das ist so ehrenlos. Eigentlich muss ich... Eigentlich muss ich den finden. Der, du könntest mit dem einfach Identitäten tauschen. Ich schwöre, du könntest jemanden... Macht der natürlich nicht. Lieber, liebe Twitch-Admins. Aber du könntest jemanden... Du könntest ein Verbrechen begehen und der wird beschuldigt. Ja, wahrscheinlich. Ich sag einfach, hör mal das. Hä? Ich sag... Hör mal das, hör da! Das ist geil!